Aber wenn man da im Studio ist, dann ist es halt so, dass die Sicherheit vor Schnelligkeit geht. Denn so ein Fehler von einem Videoassistenten verzeiht halt niemand mehr. Man denkt dann, der hat doch die Bilder, wie kann der dann das übersehen? Und da verstehe ich schon, dass es mal ein bisschen länger dauert. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Hier ist der Kölner Keller. Nein, hier ist nicht der Kölner Keller. Hier ist das Brückengeflüster, der Podcast der NOZ zum Thema VfL Osnabrück. Und heute haben wir an diesem Dienstagnachmittag zwei interessante Gäste aus dem Bereich Schiedsrichter. Im weitesten Sinne mit unterschiedlichen Funktionen. Wir begrüßen ganz herzlich den erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichter aus Osnabrück, Frank Willenborg. Herzlich willkommen, Frank, zum zweiten Mal im Podcast. Ich hoffe, du fühlst dich bei uns wohl im neuen Studio. Danke für die Einladung. Und an seiner Seite sitzt Thorsten Mayer. Der Name ist vielleicht den wenigsten bekannt, obwohl es ein bekannter Name ist. Thorsten Mayer ist Schiedsrichterbetreuer beim VfL Osnabrück. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit über 23 Jahren, Thorsten. Herzlich willkommen und Dankeschön, dass du dich so schnell, so kurzfristig zum Podcast hast einladen lassen. Ja, sehr gerne. Bist nicht nervös, ne? Schiedsrichter sind nie nervös. Ja, eine gewisse Anspannung gehört, glaube ich, dazu. Aber ich freue mich, hier zu sein. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Benjamin, wir sprechen natürlich über regeltechnische Dinge. Wobei ich sagen muss, mein Kollege Benjamin Kraus ist der erste und bislang einzige Sportredakteur der NOZ-Geschichte, der selbst aktiv als Schiedsrichter unterwegs ist. Das war er schon, als er hier bei uns anfing und das tut er auch heute noch für den SV Rasensport. Und das hat uns allen sehr gut getan. Wir lieben es, hitzige Debatten zu führen. Und dann kommt er mit seinem ausgleichenden Wesen und seiner Fachkenntnis. Benni, du startest mal damit und setzt das erste Thema. Vielen Dank für die Blumen. Die Stimme, die Sie gerade eben gehört haben, gehört Harald Pistorius. Das werden die allermeisten wissen, die hier schon regelmäßig zugehört haben. Ja, vielleicht fangen wir mit dem vergangenen Wochenende an, Thorsten. Auswärtsspiel in Düsseldorf. Wie hast du es denn eigentlich verfolgt, den VfL? Und guckst du dann selber auch immer ein bisschen spezieller noch auf die Schiedsrichterleistung, die aus unserer Sicht ja sehr in Ordnung war und dem VfL vielleicht sogar ein bisschen entgegenkam am Freitagabend? Ja, absolut. Ich war mit meiner Frau vor Ort, live im Stadion. Und es war ein ungewöhnliches Spiel, wie ich fand. Natürlich durch den Ausfall des Zuschauers, der da leider schwer verletzt ist, wo keiner wusste, wie es da weitergeht und wie da stand. Von daher fand ich das sehr solidarisch, von beiden Vereinen dann auch keine Stimmung zu machen. Und umso schöner war es natürlich, als dann die erleichternde Nachricht kam, das ja außer Lebensgefahr sei und dann auch wieder Stimmung aufgenommen worden ist, was, glaube ich, dem gesamten Spiel auch gut getan hat. Und natürlich ist es immer gut, wenn man mit einem Punkt, mindestens mit einem Punkt, dann auch nach Hause fahren darf. Und das war aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr gutes, intensives Spiel und auch mit einem verdienten Punkt für den VfL aus Nahrbrück. So haben wir es eigentlich auch gesehen, Harald. Daniel Thun hat hinterher gesagt, es war ein bisschen unglücklich, dass der Schiri, Dr. Robert Kamka, ja ein ganz erfahrener Mann, der, glaube ich, zum 17. Mal oder so den VfL schon gepfiffen hat, relativ schnell dabei war mit den gelben Karten und seine beiden Innenverteidiger halt relativ schnell verwarnt waren. Wie hast du das denn gesehen? Ja, ich sitze immer relativ weit weg und mag mir da auch kein Urteil erlauben. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man, das ist meine persönliche Meinung, auch als neutraler Zuschauer, wenn man früh auch Zeichen setzt, damit man nicht zu viel Unruhe ins Spiel bekommt. Und aus meiner Sicht kann man die gelben Karten, glaube ich, durchaus geben. Was man auf jeden Fall sagen kann, Harald, der Schiri hatte seine Linie und die hat er durchgezogen, ne? Ja, ich finde auch, dass die gelben Karten berechtigt waren und das Spiel mitgeprägt haben. Es war insgesamt eine gute Leistung vom Schiedsrichter. Was mir aufgefallen ist, erneut ist, dass das Zusammenspiel, vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade die Doku über euch gesehen habe, Frank, dass man da noch mehr ein Auge dafür hat, wie das Zusammenspiel funktioniert. Man achtet ein bisschen drauf und glaubt, das dann auch schon erkennen zu können. Wie beurteilst du, das wäre die erste Frage an dich, wie beurteilst du diese Entwicklung hin vom Schiedsrichter mit zwei, die eigentlich nicht mehr durften als Einwurf und Abseitsanzeigen, hin zu einem vierköpfigen Team, von dem drei ja dauerhaft eigentlich zusammen sind? Ja, eigentlich sind es ja sogar sechs Leute, die mittlerweile da zusammenarbeiten. Also das ist natürlich eine enorme Hilfe. Denn mit der Zeit ist natürlich immer mehr Technik dazugekommen, auch viel mehr Kameras. Und um damit Schritt zu halten, brauchst du halt diese Unterstützung auch aus Köln oder wie wir Schiedsrichter gerne sagen, aus Deutz. Denn dort befindet sich das Studio im Stadtteil Deutz. Und so ist auch die Ansprache. Wenn ich den Videoschiedsrichter anspreche, dann nenne ich ihn Deutz 1. Das ist halt so die Wortwahl, die man da auf dem Platz trifft. Und ja, es ist wirklich so, die Assistenten, der vierte Offizielle und auch der Videoschiedsrichter mit seinem Assistenten unterstützen. Bei jeder möglichen Szene. Also es wird ja sowieso überprüft oder vieles überprüft, was im Strafraum stattfindet, wenn es um eine rote Karte geht, wenn es um Spielerverwechslungen geht. Also sowas wird generell immer überprüft. Jede Torerzielung wird überprüft, ob im Vorfeld irgendeine Szene dabei war, die kritisch ist. Das nennt man dann fachsprachlich. Die APP wird gecheckt. Und das ist natürlich auch... Für was steht das? Sorry, wenn ich unterbreche. APP? Angriffssituation übersetze ich das mal. Also sobald der Ball erobert wurde, dieser letzte Angriff wird überprüft. Und ja, da muss man halt gucken, dass alles sauber ist. Und für den Schiedsrichter bedeutet das aber auch eine enorme, ja, ich sag jetzt mal, mehr Belastung. Früher hat man entschieden und jeder musste damit leben. Und heutzutage muss man aufs Spiel schauen. Nebenbei hört man den Videoschiedsrichter oder die Assistenten. Also das ist schon viel komplexer geworden in den letzten Jahren. Von daher große Hilfe. Aber die Komplexität ist auch gestiegen. Was man vielfach als neue Geste sieht im Profifußball ist, dass es fällt irgendwie ein umstrittenes Tor. Und dann kommen natürlich alle zu dir. Und dann macht ihr als Schiedsrichter erstmal den hier Zeigefinger ans Ohr und ein bisschen so abwickelt. So nach dem Motto, bleib ruhig. Wir gucken uns das Ganze ja nochmal an. Also das ist ja auch was, was ihr dann direkt an die Spieler weitergeben könnt, um ein bisschen die Eskalation rauszunehmen. Ja, die Schiedsrichter wissen natürlich, dass das überprüft wird. Wollen da so ein bisschen Druck auf den Kessel bringen. Und diesen Druck will man dann wieder ablassen, indem man sich ans Ohr fasst. Also es müsste mittlerweile eigentlich fast jeder wissen, dass solche kritischen Situationen überprüft werden. Da kann sich jeder darauf verlassen. Ich müsste nicht darauf hingewiesen werden. Aber das macht man vielleicht auch aus der Emotion heraus und kann ich auch nachvollziehen. Ja, von daher ist dieses Schauspiel ein ganz normales. Wir haben beim letzten Podcast schon mal die Doku angesprochen. Unpartei. Ich gehe davon aus, dass ihr beide die gesehen habt. Frank, du warst ja auch einer der MIG-Wildenden. Es ist ja gefilmt worden beim Leistungstest und auch sonst bei anderen Gelegenheiten. Meine prägende Erkenntnis, was mich also so überrascht hat und auch was ich wirklich beeindruckend fand, ich habe den Stress fast selbst erfunden beim Zuschauen, den der Schiedsrichter hat. Alle anderen, bei allen anderen Beteiligten habe ich das nicht so empfunden. Aber der Schiedsrichter muss gucken, muss reagieren, muss entscheiden, muss dann hören. Und zwar kommen da Rufe vom Videoschiedsrichter, vom VR, also vom Assistenten, vom vierten Offiziellen. Also ich habe fast den Stress körperlich geführt. Vielleicht bin ich auch nicht mehr so belastbar. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auf dem Feld auch eine wirkliche Gewöhnung sein muss, um dort hinzukommen. Ja, manchmal fragt man sich, man pfeift nebenbei noch ein Bundesligaspiel und hat das alles auf dem Ohr. Ja, aber tatsächlich gibt es da auch so, ich sage mal, Reihenfolgen. Wenn ich mit dem Videoschiri spreche, dann sprechen die Assistenten auf dem Feld nicht mehr. Weil der Videoassistent hat halt den Vorteil, dass er halt die Bilder hat. Und jeder hat so seinen Eindruck, aber die Bilder sind dann letztendlich ausschlaggebend und die kann man nochmal vor- und zurückspulen. Und da gibt es schon eine Reihenfolge, damit der Stresslevel nicht zu hoch wird. Thorsten, du betreust die Schiedsrichter. Da denkt man so als Laie vielleicht zuerst mal, was brauchen die für Betreuung? Können die nicht allein zum Stadion kommen? Oder vielleicht schilderst du mal den Alltag eines Schiedsrichterbetreuers rund um ein Spiel, damit sich unsere Hörer einfach mal ein Bild von deiner ehrenamtlichen Aufgabe beim VfL machen können? Also das Ganze startet immer so am Donnerstag vor dem Spieltagswochenende, wo dann über das Internet rauszufinden ist, wer das Spiel leiten wird. Dann setze ich mich meistens am gleichen Tag, späten Nachmittag mit dem Schiedsrichter in Verbindung und stimme halt ab, wie die Anreise geplant ist. Weil der Service, den wir bieten sozusagen als Schiedsrichterbetreuer, ist halt der Fahrdienst, dass wir sie eben vom Bahnhof abholen oder vom Flughafen Münster aus der Brücke abholen und dann eben ins Hotel fahren. Und das geht dann weiter, dass ich dann am Spieltag natürlich pünktlich dann im Hotel bin, sodass die Schiedsrichter jetzt in der zweiten Liga zwei Stunden vor Anpfiff dann auch im Stadion sind. Meistens dann mit einem Pkw, mit meinem Pkw fahre ich die dort. Es gibt aber auch die Situation, dass die Schiedsrichter, gerade zum Beispiel die vierten Offiziellen, die ja dann auch aus der näheren, in Anführungszeichen näheren Umgebung dann anreisen, dann auch das Auto mit ins Stadion nehmen. Und ja, dann startet das Ganze mit einer Platzbegehung, wo dann geguckt wird, ob der Rasen bespielbar ist, in der Winterzeit beispielsweise, dass die Tornetze richtig funktionieren, dass da keine Löcher sind, wo mal so ein Ball durchschlüpfen kann, etc. Dann geht es dann zurück in die Kabine, dann kommt der Schiedsrichterbeobachter noch mit dazu, dann trinken wir in Ruhe eine Tasse Kaffee, unterhalten uns ein bisschen über Fußball, aber natürlich auch außerhalb des Fußballs. Und dann geht es weiter mit der Kontrolle der Trikots, dass das so auch stattfindet, wie es angemeldet worden ist, dass die richtigen Trikotfarben stimmen, dass es nicht so zu sehr vergleichbar ist auf dem Platz, weil es dann auch für den Schiedsrichter wieder schwerer wird. So diese Dinge. Und dann habe ich erstmal eine Pause, weil dann fängt die Vorbereitung an, der Schiedsrichter, da kommt dann noch ein Physio dazu, der sich dann auch noch so ein bisschen begleitet vor dem Spiel. Und meine Aufgabe ist es dann auch für Ruhe zu sorgen, vor dem Spiel oder vor der Kabine, dass da eben nicht Leute dann reinkommen, um irgendwelche Fragen zu stellen. Das geht dann in der Halbzeit weiter, dass ich natürlich auch da vor der Tür stehe und die Jungs dann auch in Anführungszeichen ihre Ruhe haben, dann auch mal ein Stück weit runterfahren können in der Halbzeit, dass da auch keiner in die Kabine kann. Und das Gleiche setzt sich dann fort nach dem Spiel. Wo bist du während des Spiels? Während des Spiels ist es unterschiedlich. Letzte Saison in der dritten Liga war es so, dass ich mir dann einen Tribünenplatz gesucht habe oder oben bei den Stadionsprechern gestanden habe. Jetzt wieder in der zweiten Liga ist es so, dass ich unmittelbar am Spielfeldrand sitze und mir von dort dann das Spiel anschaue. In der Regel ist dann noch der Physiotherapeut mit dabei und der verantwortliche Spieltagsleiter von Sky. Was war denn so aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt so vielleicht das Kurioseste oder die größte Hektik, die mal entstanden ist? Gibt es da so eine Anekdote? Du musst keine Namen nennen, klar. Aber vielleicht gibt es ja was, wo man sagt, okay, das war außergewöhnlich, weil, keine Ahnung, jemand mal seine Pfeife vergessen hat oder sowas? Nee, das jetzt eher weniger, also hektisch oder besonders emotional, so will ich es mal nennen, waren natürlich zwei Spiele, die ich mitmachen durfte, also mindestens zwei, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind im positiven Sinne. Das war natürlich der Aufstieg 2000 gegen Union Berlin und natürlich das legendäre Spiel 90 plus 6 jetzt vor einigen Monaten. Das war schon sehr, sehr prägend. So negative Erlebnisse, da gab es eins, da war ich aber leider nicht dabei, das habe ich dann auch nur aus den Medien entnehmen dürfen. Das war leider der Spielabbruch im Pokalspiel gegen RB Leipzig. Mit Martin Petersen damals, der vom Feuerzeug getroffen worden ist und das regelgerecht auch dann gemanagt hat, muss man ja sagen. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, 2010 in Kiel, gegen Kiel, da waren wir beide auch im Stadion. Ein Spiel, das kurz vorm Abbruch stand, geleitet von Benjamin Kortus, ist mit dir, Frank, ja in die Bundesliga aufgestiegen 2016. Da waren so ein paar Verbündete, also es waren keine Kieler, aber ein paar irgendwie, wo man hinterher gemerkt hat, okay, die sind dann nur so angeschlossen gewesen und haben da hinten unter der damaligen alten Anzeigetafel in diesem Block, den es jetzt mittlerweile gar nicht mehr so gibt, relativ viel Theater gemacht und standen kurz vorm Spielerbruch und dann konnten wir hinterher mit Benjamin Kortus auch noch drüber sprechen, dankenswerterweise auch auf deine Vermittlung hin, der uns dann auch so ein bisschen erklärt hat, das war so damals die Entstehung von dem Drei-Stufen-Plan, was macht man, beruhigt man erstmal, hat dann auch gesagt, wäre nochmal was passiert, wäre es halt zu einem Abbruch gekommen. Was ich in Erinnerung habe, der war super ruhig, super cool, vielleicht auch im Bewusstsein dessen, dass das dann doch ganz gut durchlief für ihn, aber man kriegt doch bestimmt auch mal emotionalere Momente mit bei den Schiedsrichtern, oder nicht? Ja, was heißt, ja, natürlich gibt es Situationen, wo dann in der Kabine unter den Vieren sozusagen oder auch mit dem Beobachter ein Stück weit diskutiert wird, aber emotional kann ich jetzt ehrlich gesagt so nicht bestätigen. Das ist eine sehr gute Antwort, Thorsten, sehr diplomatisch. Natürlich ist in der Schiedsrichterkabine auch nicht nur Heititai angesagt, sondern da wird auch mal Tacheles gesprochen, aber Thorsten, das ist auch meine Erfahrung, die ich mit ihm habe, also ich habe auch bestimmt schon zehn Spiele des VfL Osnabrück gefiffen, natürlich nur Freundschaftsspiele, die ich leiten darf, aber die Betreuung war immer 1A. Er ist ja Nachfolger seines Vaters, Walter Mayer. Aktiver Schiedsrichter. Genau, und ich habe das immer sehr genossen mit den beiden und Thorsten ist ja VfL-Fan, das hat er ja gerade gesagt, aber die Hauptaufgabe natürlich eines Schiedsrichterbetreuers ist auch genau das nicht zu zeigen, also dem Schiedsrichter so einen kleinen Schutz zu bieten, sich auch dann vor die Tür zu stellen, wenn es emotional wird und mal nicht jeden reinlassen, sondern mal horchen, wie ist das jetzt gemeint, wer kommt da jetzt, von daher sehr professionell, Thorsten, ein Kompliment von mir und ich höre auch von meinen Kollegen nur Positives, also beim VfL Osnabrück ist man auf dieser Position sehr gut aufgestellt. Provoziert natürlich die Folgefrage, ohne dass du jetzt Vereine nennen musst, aber das scheint ja dann schon auch ein bisschen unterschiedlich zu sein, oder? Das ist ja klar, sind immer Menschen dafür zuständig, Menschen sind verschieden, wie erlebt man das, wenn man so durch die Republik kommt und sich dann vielleicht auch mit Schiedsrichterkollegen abstimmt, was einen da vor Ort erwarten könnte oder was man erlebt hat? Also in den meisten Fällen ist es sehr professionell, aber wenn es Fälle gibt, wo es halt nicht so ist und der Schiri-Betreuer meint auch noch seinen Senf jetzt mal dazugeben zu müssen zur Entscheidung, dann geht man natürlich einen Schritt zurück und dann beschränkt man das auch auf den Fahrdienst, dann fährt der Schiedsrichter-Betreuer ein zum Stadion und dann sagt man vielen Dank, den Rest um den kümmern wir uns selbst. Spannend. Wir können ja auch gerne über einen aktuellen Fall gerade diskutieren, weil er jetzt eben am Wochenende passiert ist, wo wir auch nochmal echt zusammengezuckt sind, weil seit einigen Jahren verfolgt uns auch im Amateurfußball halt so eine latente Gewaltproblematik, um es mal wirklich beim Namen zu nennen, dass halt Schiedsrichter auch attackiert werden. Jetzt ist das am Freitag in Sandhausen offensichtlich passiert, und zwar, dass da der Macher und Vereinspräsident den Schiedsrichter wohl körperlich zumindest mal mit einem durchaus nennenswerten Schubser wohl attackiert haben soll. Das sind ja schon Sachen, wo man eigentlich nur noch kopfschüttelnd zurückbleibt als Schiedsrichter und Schiedsrichter-Betreuer, oder nicht? Kann man ja anschließend noch die Bierbecher-Aktion eines Sponsors, ne? Ja, total daneben. Also habe ich Gott sei Dank so noch nicht erlebt. Ja, ich weiß nicht, ob Thorsten das schon mal erlebt hat. Hier in Osnabrück im besten Fall nicht. Das geht natürlich gar nicht. Wenn Verantwortliche auch schon körperliche Aggressionen zeigen, das ist ja völlig daneben. Dann verliert man auch den Spaß am Sport. Und da kann ich auch den Aufschrei verstehen. Und der kommt auch zurecht. Ich bin gespannt, was da jetzt im Nachgang passiert. Ich habe das noch nicht im Detail weiterverfolgt. Aber das ist natürlich völlig daneben. Und da sind sich auch alle im Sport einig, dass das bei aller Emotionalität grob asozial ist. Ja, anders kann man das nicht nennen, genau. Und es bleibt ein Gefühl zurück, das müsste man statistisch untermauern, als wenn die Hemmschwelle sinkt und die Zahl der Ausraster steigt und eben auch auf Offizielle übergreift. Das ist möglich. Das kann ich jetzt gar nicht belegen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon Ewigkeiten Schiedsrichter. Ich habe es noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Auch nicht im Amateurbereich. Aber ich kenne das natürlich. Ich weiß, dass das immer mal wieder passiert. Und man denkt immer, im Profibereich darf es schon mal gar nicht passieren. Aber Emotionen spielen eine Rolle. Der Druck auf die Beteiligten spielt eine Rolle. Die Personen natürlich. Ja, also ich hoffe, das bleibt die absolute Ausnahme. Alles andere, wie gesagt, macht dann auch keinen Spaß mehr. Sollte dann auch hart sanktioniert werden. Ja. Das ist meine Sichtweise jetzt als neutraler Fußballfan. Weil da ist einfach eine rote Linie überschritten, die so nicht geht und auch nicht zu tolerieren ist in keinster Weise. In Osnabrück gab es das Spiel gegen Karlsruhe. Das weiß ich, ob du das auch gemacht hast. Mit den Schneeballwürfen und der zweimaligen Unterbrechung. Weißt du noch? Das erste Spiel nach der Winterpause mit dem neuen Torwart im Tor. Riemann war verletzt. Unter Vorletz damals, ne? Unter Markus Rickert, der er noch gesehen hat. Da ging es ja in die Kabine. Zehn Minuten und dann wurde fortgesetzt. Aber das war auch die letzte Ermahnung. Sonst hätte es da auch einen zweiten Abbruch gegeben. Das war ja vor dem Leipziger Spiel. Gut, springen wir vielleicht nochmal in das, was diese Doku, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Da wüsste ich von euch beiden, ihr seid nur ein Insider, hat die Dokumentation unparteiisch. Fünf Teile immer noch abrufbar in der ARD Mediathek. Und aus unserer Sicht absolut zu empfehlen. Hat die ein getreues Bild von eurem Job, Frank Willenburg, gezeigt? Und was hast du gedacht, als du sie gesehen hast? Also absolut. Also ich finde die Doku selbst auch sehr gut gemacht. Für mich ist das natürlich nicht neu. Also das ist aber ein Einblick, den es bisher so nicht gab. Und ich hoffe, dass das Verständnis für die Schiedsrichterei gestiegen ist dadurch. Wir haben auch ganz am Anfang darüber gesprochen, was ein Schiedsrichter alles leisten muss und was auf ihn einprasselt und was er dann kanalisieren muss, um dann irgendwann zur richtigen Entscheidung zu kommen. Ganze Menge. Und das macht die Doku sehr gut. Was man, finde ich, auch erfährt ist, was für verschiedene Typen ihr halt auch seid. Also ich erinnere mich so an den Spruch da von Sven Jablonski beim Derby in Hamburg, wo er den, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Spieler irgendwie sagt. Sonny Kittel. Was ist Sonny Kittel hier so mit, was auf der Sonne war? Ja, genau. Also wäre mir jetzt in dem Moment nicht als erstes eingefallen, muss ich sagen. Aber fand ich halt in dem Moment schon irgendwie cool, weil man auch richtig gesehen hat, dass er ihn hat. Also der musste dann auch lachen, aus einer emotionalen Situation so perfekt rausgeholt. Und schon irgendwie eine coole Nummer, wo man dann auch, ja, da müsst ihr ja selber euren Weg, glaube ich, auch finden, um eure eigene Persönlichkeit auch einzubringen. Also ich habe da gezuckt, muss ich ehrlich sagen. Das war für mich so ein Moment, da habe ich gedacht, das kann auch gewaltig in die Hecke gehen, wenn du da den Falschen ansprichst. Ja, deshalb, man muss schon ein Gespür entwickeln, wen spreche ich wie an. Definitiv. Also da gibt es ja von bis und nee, man denkt immer, das ist so sehr für Bissen auf dem Platz. Und das sieht auch nach außen häufig so aus. Aber man hat ja ganz viel mit den Spielern zu tun. Man trifft sich immer wieder. Häufig ist nach den Spielen auch alles fein. Und erst medial kommt dann sozusagen eine Welle auf einen zu gerollt. Und eigentlich ist man sich da schon, ist man schon wieder runtergekocht. Alles ist in Ordnung. Und je nachdem, welcher Spieler da ist, kann man mal einen lockeren Spruch machen. Und man muss aber, einige wenige muss man auch siezen. Oder da fängt man erst mal mit an. Aber in der Regel wird auch geduzt, also gar kein Problem. Hat mich gewundert. Ich hätte, wenn man mich vorher gefragt hätte, wie das Verhältnis ist von du zu sie, hätte ich gesagt, 20 Prozent duzen und 80 Prozent siezen. Weil, ja, so kenne ich es von ganz früh. Also wenn wir mal was Positives an dieser Corona-Situation rausfiltern wollen, dann ist es das, dass dieser Zusammenhalt zwischen Schiedsrichtern und Spielern viel stärker geworden ist. Denn da konnte man ja jedes Wort hören. Das war ja immer, das war ja am Anfang ganz spooky, wie so Trainingsspiele. Da haltet ja alles durch die Arena. Und da hat man auch irgendwie nochmal so einen besseren Zugang gefunden, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, alle, die das mitgemacht haben, sind eigentlich, ja, sind sich näher gerückt. Corona ist vorbei, aber nicht vergessen. Welchen Eindruck hattet ihr beide vom Ablauf der Spiele hinsichtlich Fouls, Theatralik? Mein Eindruck war, es hat nicht diese übertriebene Hektik gegeben, die auf dem Spielfeld oft erzeugt wird. Also gefühlt war es in der Tat weniger oder in Anführungszeichen fairer geworden. Ich habe auch so ein bisschen den Vergleich, weil ich die ersten Spiele, wie viele andere Millionen Zuschauer auch am Fernsehen halt verfolgen durfte. Und da war es für mich auch in der Tat eine neue Erfahrung. Auch mal die ganzen Dialoge, die da geführt worden sind, eben auch mal näher zu hören. Da hörte man auch mal eine Aussage eines Schiedsrichters oder von den Trainern, die dann ins Spiel rufen. Das war für mich relativ neu. Das geht ja dann doch im vollen Stadion, insbesondere in einem engen Stadion wie Osnabrück, dann auch schon mal unter, wenn es voll ist. Und das ist mir dann schon aufgefallen. Und als ich dann einige Spiele während Corona dann auch ins Stadion durfte, in offizieller Funktion weiterhin, da habe ich es dann noch mal anders wahrgenommen. Dann hört man doch noch mal ein bisschen mehr und das fand ich schon besonders. Frank, wie ist deine Erinnerung an diese Zeit? Ja, also das ist ja offensichtlich. Wenn da keine Zuschauer sind, dann hat man die Emotionen von außen schon mal nicht. Das ist schon mal für 20 Prozent der Spieler gut. Aber natürlich, das sieht man ja alle zwei Wochen beim VfL, die Zuschauer bringen natürlich auch Emotionen und vielleicht Spieler auch an ihre Leistungsgrenze. Also natürlich, wir brauchen Zuschauer. Das war eine besondere Situation und ich hoffe, das bleibt auch die Ausnahme. Vielleicht war es ein Ticken fairer, ja. Und ja, den Grund habe ich genannt. Ich würde noch einen Satz sagen wollen zu der Doku, weil ich fand das von Sven Jablonski, ich kenne Sven sehr, sehr gut seit vielen Jahren, habe das auch so wie bei vielen anderen Schiedsrichtern auch verfolgt, wie sie dann von der dritten Liga, dann zweite Liga, Bundesliga, jetzt FIFA dann auch. Und ich finde es dahingehend besonders, weil es einfach zeigt, dass man über Kommunikation, auch wenn das mal so ein lockerer Spruch ist, auch viel erreichen kann. Weil darum geht es ja am Ende des Tages auch, dass die Schiedsrichter und die Spieler und auch natürlich die Funktionäre untereinander kommunizieren. Und von daher fand ich das Beispiel in der Doku sehr exemplarisch und auch sehr, sehr gut. Mir hat mal Felix Brüch im Interview gesagt, dass es schon ein bisschen wichtig ist, auch zu gucken, wer gibt so ein bisschen den Ton an in der Mannschaft. Und dass man schon, Frank versucht am Anfang, die auch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, wenn es sich dann die Gelegenheit ergibt. Dass man vielleicht auch mal mit so einem passenden Spruch halt dann eine gute Atmosphäre herstellt, dass man halt da eine Beziehung aufbaut. Ist das so treffend? Definitiv. Das sind die Schlüsselspieler und die brauchst du, um vielleicht mit der ganzen Mannschaft zu kommunizieren. Du kannst ja nicht mit allen Elf die ganze Zeit sprechen. Das ist ja unmöglich. Aber wenn du die Führungsspieler erreichst, dann hast du auch im Spiel viel erreicht. Ich glaube, viel liegt auch daran, dass die Schiedsrichter oder die Professionalisierung der Schiedsrichter natürlich auch zu den Spielern durchgedrungen ist. ein Element, das dadurch entstanden ist, dass weniger Schiedsrichter und mehr Spiele pfeifen. Es sind ja, wie viel seid ihr jetzt? 25 für die Bundesliga? 24. 24. Das waren ja früher viel mehr, die dann auch viel weniger Spiele pfiffen. Also ich rede jetzt auch schon mal ein bisschen von 80ern, ein bisschen älter, ein bisschen länger zurück. Aber auch dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Vertrautheit, eine Bekanntheit. Früher war es so, nur die Schiedsrichter kannten die Spieler, aber jetzt ist es auch umgekehrt so, dass die Spieler wissen, was für ein Typ Schiedsrichter kommt und worauf sie sich einstellen. Kann das auch sein, dass das so ein bisschen zu einer Verbesserung des Klimas beigetragen hat untereinander? Also man trifft sich ja schon immer wieder und man kennt sich und häufig, wie gesagt, das sind, im Spiel kann auch mal eine Emotion hochkochen, aber vorm Spiel, nach dem Spiel ist eigentlich immer alles fein. Also das ist schon kollegial, kann man wirklich sagen. Ja und dadurch, also Schiedsrichterei, wie die jetzt gesehen wird, durch so eine Doku, durch so einen Podcast, wie wir ihn heute machen, also wir öffnen uns ja gerade. Früher hat man ja gedacht, dass es irgendwie eine Sekte, die in schwarz gekleidet irgendwelche Spiele pfeift, aber dem ist ja gar nicht so. Das sind ja ganz normale Leute, die auch ganz normal mit den Spielern umgehen und von daher sehr positiv, dass das mal so gezeigt wird und dass da ein Mensch hintersteckt. Das ist ganz wichtig und von daher mag deine Theorie stimmen, wenn man sich häufiger sieht, geht man auch ein bisschen vorsichtiger miteinander um oder kollegialer. Er geht ja auch vor der Saison zu den Mannschaften in der Vorbereitungsphase, erläutert mögliche Regelveränderungen, Regelneuinterpretationen, ist ja auch keine ganz alte Sache. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß! Viel Spaß!